Mut, finde ich, liegt darin, Neues auszuprobieren und sich zu trauen, auch so seine Grenzen auszutesten. Auch zum Teil vielleicht nachzufragen. Ich finde, das ist auch sehr mutig, wenn man sich eingesteht, okay, das kann ich noch nicht. Da auch nicht so große Angst davor zu haben, dass jetzt irgendwas total Katastrophales passiert, sondern das Beste draus zu machen auf jeden Fall. Ich bin Lilith und ich wohne momentan in Dresden. Ich studiere hier internationale Beziehungen im Bachelor und bin 21 Jahre alt. Nach dem Abitur, das stand für mich schon super früh fest, bin ich erst mal ins Ausland bzw. habe so eine Art Gap-Year gemacht und das habe ich mir vor allem selbst zusammengestellt. Ich wollte für ein halbes Jahr an einen Ort, da war ich dann in China als Englischlehrerin und das andere halbe Jahr habe ich genutzt, um ganz viele verschiedene Projekte zu machen und war dann bei einem Bioinformatik-Praktikum in Sheffield oder auch am Deutschen Zentrum der Luft- und Raumfahrttechnik in der Nähe von München bei einem Praktikum und bin eben so dann über Frankreich, Deutschland, England so bei Praktika und auch ehrenamtlichem Engagement unterwegs gewesen. Dann bin ich nach Potsdam gezogen und habe dort ein Jahr lang IT Systems Engineering studiert, also praktisch eine Mischung aus Informatik und so ein bisschen Jura, Wirtschaft noch mit drin als Fächer und hatte das dann auch schon so ein bisschen darauf angelegt, dort mal ein Jahr mich fortzubilden, mich weiterzuentwickeln und dann eben zu schauen währenddessen in Deutschland, wo will ich denn dauerhaft hin, wo soll dann wirklich mein Bachelorstudiengang stattfinden. Diesen Studiengang Internationale Beziehungen in dieser Form gibt es tatsächlich nur hier in Dresden, also auch nicht wirklich im Ausland und dieses Modell hat mir sehr, sehr gut gefallen und deshalb bin ich nach Dresden. Ich war dann auch drei Tage hier, um mir das mal anzuschauen und mit den Leuten hier vor Ort zu reden und dann haben mich sozusagen Inhalt des Studiums und Stadt zusammen überzeugt. Zuhause ist für mich schon noch so ein bisschen, glaube ich, da, wo meine Eltern gerade sind, aber ich finde es eigentlich auch schön jetzt dadurch, dass ich ein Jahr schon in Dresden wohne, wenn ich dann zum Beispiel für meine Eltern auch hierher komme, dass ich eben einfach hier auch irgendwie ein Zuhause habe. Ich habe in der Schule schon immer diese Vielfalt genossen und für mich war, glaube ich, schon immer klar, dass ich eine Person bin, die eher so in der Breite aufgestellt ist, vielleicht auch eher ein bisschen methodischer, als jetzt wirklich auf einen Berufswunsch hinzufiebern. Ich glaube, man erkennt daran, ob es der richtige Studiengang ist, dass man vielleicht super viel zu tun hat, aber das gerne macht. Also ich bin immer wieder daran, dass ich denke, boah, jetzt habe ich schon wieder so viele Stunden für die Uni irgendwie investiert, aber gleichzeitig ist es einfach auch sehr interessant und es macht Spaß und das fühlt sich halt nicht so an, man muss dazu gezwungen werden oder ähnliches, sondern ich belege dann auch zu viele Kurse, in Anführungszeichen, einfach weil es interessant ist und weil ich hier eine Möglichkeit habe, was zu lernen. Also ich denke, es gibt immer so ein paar Prioritäten, nach denen man geht, aber ansonsten ist es bei mir eher eine lockere Struktur, also dass ich da eben auch diese Abwechslung lebe und dann mal ein paar Stunden etwas für die Universität mache, ein paar Stunden was für die Ehrenämter oder auch für meine Hobbys, die ich noch habe und da dann das relativ flexibel eigentlich gestalte. Also immer so da, wo es gerade reizend ist, wo es gerade spannend ist, wo man was Neues lernen mitnehmen kann, da fließt dann auch die Energie und Zeit hin. Ich denke, ganz viel Energie kommt durch diese Abwechslung, also dass ich eben sehr viel Spaß an vielen verschiedenen Dingen finde und das dann immer schade ist, wenn ich sie nicht mehr zeitlich irgendwie unterbringen kann und deshalb versuche hier auch viel intensiv zu machen, also eben auch in die Tiefe zu gehen, in den einzelnen Bereichen, die ich tue und auf der anderen Seite, ich habe auch einen relativ intensiven Schlaf, also ich schlafe halt meine sechs Stunden, wache dann wieder auf und bin fit, fühle mich dann auch nicht müde und das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll oder ganz hilfreich, einfach ein bisschen mehrzeitliche Kapazitäten zu haben. Das fühle ich auch so, dass ich eigentlich immer energiegeladen bin und immer Lust habe, Dinge zu tun und was zu unternehmen und ich bin jemand, der sich nicht so lange ärgert über Fehler, die ich begangen habe, sondern ich bin eine totale Verfechterin von aus Scheitern lernen oder es gibt eigentlich gar kein richtiges Scheitern, weil man eben immer Learnings daraus mitnimmt. Wie kann ich damit jetzt weiterverfahren und dann gehe ich weiter meinen Weg sozusagen oder ändere den Weg so ein bisschen nach diesem Ereignis ab, aber das ist, denke ich, was sehr Wichtiges, dass ich da optimistisch bleibe und so ein bisschen in die Zukunft gucke. Das ist ja auch so, dass ich da, was 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 ich da